Uttita Parshva Konasana ist der seitliche Winkel im Stehen, ein Asana, welches sowohl die Kraft als auch die seitliche Flexibilität entwickelt. Dieses Asana gehört zu den Stehhaltungen wie auch zu den Seitbeugen. Daniel, Yoga-Lehrer bei Yoga Vidya Bad Meinberg, zeigt, wie es geht. Von der aufgerichteten Stehhaltung ausgehend, gib die Beine etwa 1,20 bis 1,50 Meter weit auseinander, beuge das rechte Knie etwa 90 Grad und gib dann die rechte Hand rechts neben dem Fuß auf den Boden und gib den linken Arm neben das Ohr und schaue dann in die Verlängerung des Armes zur Hand. Dabei entsteht eine gerade Linie von Faser über das Bein, Hüfte, Rumpf, über den Arm und die Rückseite des Handes, der Hand. Diese Stellung hat eine belebende Wirkung. Sie dehnt, die Seite ist aber auch gleichzeitig aktiv und so hat diese Stellung eine gute Wirkung, um zügig Freude zu fühlen, stärker zu haben, dich lebendig zu fühlen. Das ist sogar ein Asana, das du zwischendurch am Tag üben willst, üben kannst, wenn du mal ein bisschen müde wirst oder Konzentration nachlässt. Diese Utita Parishvakonasana lässt dir gleich wieder neue Freude bewusst werden.